Noch keine zwei Tage alt sind Vroni, Vicky und Vivian. Doch schon sind sie ohne Mama unterwegs. Eine Frau fand die frisch geborenen Katzenmädchen in einer Wiese bei Patersdorf. Nun werden sie bei Dr. Louis Kovana in Waldmünchen aufgepäppelt. Alle zwei bis vier Stunden bekommen sie nun eine spezielle Aufzuchtmilch, die die Muttermilch ersetzen soll. Die Wärme der Katzenmama ersetzt eine Wärmflasche. Ob alle Katzenmädchen durchkommen wird sich in den kommenden Tagen zeigen.